Musik Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu einer neuen Ausgabe Hautnah – Gott mitten im Leben. Und heute zum Thema Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist uns allen ein geläufiges Sprichwort. Und es spricht davon, dass wenn man an der Oberfläche kratzt, manchmal zum Vorschein kommt, dass das, was darunter liegt, viel weniger wertvoll ist, als man vielleicht dachte. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Da wollen wir auch mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen und uns ein paar wichtigen Fragen widmen. Was gibt meinem Leben wirklich Sinn und Sicherheit? Und welchen Dingen erlaube ich Gott meines Lebens zu sein? Und wer oder was ist dazu überhaupt geeignet? Zu diesen Fragen und mehr habe ich zwei Gäste eingeladen, zwei kompetente Menschen. Da ist einmal Dirk Schröder. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Dirk ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er lebt in Eutin und arbeitet dort als Männercoach. Was das ist, wirst du uns gleich noch mehr von erzählen. Schön, dass du da bist. Danke. David Kröker, mein zweiter Gast. Er ist 30 Jahre alt, auch verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Haiger. Und er wird in unserem Gespräch vor allen Dingen auch den Blickwinkel der Bibel einnehmen und uns da ein paar Impulse zum Thema weitergeben. Schön, dass auch du da bist. Dankeschön. Ja, Dirk, du bist Männercoach. Da musst du erst mal ein paar Worte drüber verlieren, was das überhaupt ist. Das hat mit meiner eigenen Geschichte so ein bisschen zu tun. Ich bin da reingewachsen oder ich habe mich da reingelebt. Ich war lange in der Erwachsenenbildung tätig. Also das Entwickeln von Menschen hat mich immer begeistert. Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung. Und irgendwann bin ich selbst in eine große Lebenskrise gekommen, wo es sehr, sehr dunkel wurde in meinem Leben. Hat mich überrascht, dass mich sowas auch ereilen konnte. Bin da sauber durchgegangen und habe in der Krise immer nach außen auch recht offen kommuniziert über das, was gerade abläuft bei mir, über ein größeres Netzwerk. Und dann habe ich festgestellt, dass immer mehr Männer sagten, Dirk, ich kenne das auch. Ich habe ähnliche Zeiten durchlebt. Also die Männer tauchten auf einmal auf. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich würde ich diesen Männern gerne helfen. Sie unterstützen in ihren Herausforderungen, in ihren Fragen, sie begleiten. Habe dann die Coaching-Ausbildung gemacht, also aufgesattelt auf die Beratung, die ich 20 Jahre gemacht habe. Und so ist der Männercoach gewachsen. Welche Männer sind das, die zu dir kommen? Alles krisenbehaftete Geschichten oder kommt da so jeder? Ganz weit gestreut, ganz weit gestreut. Ich sage immer so ein bisschen, das hat mit der Härte des Schädels des Mannes zu tun, wann die kommen. Es gibt Männer, die haben so einen harten Schädel, die müssen erst mal voll gegen die Wand knallen. Ehe kaputt, Gesundheit kaputt, Job weg. Und dann fangen sie an, mal nachzudenken. Und dann gibt es Männer, die nicht ganz so eine harte Birne haben und die sich schon vorher Gedanken machen. Und sagen, ich möchte mein Leben richtig gut ausrichten und eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben haben. Und die kommt schon früher. Also die müssen nicht erst in einer großen Lebenskrise sein. Ist es aber die Angst vor einer möglichen Krise, die sie zu dir bringt? Oder was ist so die Hauptfrage, die sie treibt? Orientierungslosigkeit. Gerade so ab 45 nehmen Männer oft wahr, das Leben wird überschaubar. Die Kräfte lassen ein bisschen nach, die Ressourcen, das ist alles auch nicht mehr so da wie früher. Und da sagen sie, Mensch, wo will ich eigentlich hin? Was habe ich für ein Ziel? Ich habe viele sehr erfolgreiche, auch Geschäftsleute oder Ärzte bei mir, die haben dann die Arztpraxis laufen und machen und rödeln und rödeln. Und merken, das kann aber nicht alles sein. Ich habe letztens diesen schönen Spruch gehört, auch ein Hamsterrad sieht von innen wie eine Karriereleiter aus. Und da ist viel dran, dass die Männer gar nicht merken. Sie laufen, laufen und sagen, ich brauche eigentlich mal Orientierung. Und dann nehmen wenige, sich Zeit mal innezuhalten, sich zu orientieren und sagen, wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Und lohnen sich diese Ziele? Und mit wem will ich weiterhin auf dem Weg sein, diese Ziele zu erreichen? Aber das wundert mich, weil viele ja zum Ziel haben, ich will Karriere machen, ich will reich werden, ich will Einfluss haben. Und jetzt sagst du, dass das genau die Männer sind, die zu dir kommen mit der Frage, was sind meine Ziele? Da würde man doch eigentlich denken, das sind genau die Männer, die alle Ziele erreicht haben, die man sich so wünschen würde. Ich benutze da gerne das Bild von so einer Hunderennbahn, wo die ganzen Windhunde diesem Häschen, dem Hasen hinterherlaufen und jagen, jagen, weil alle laufen und alle sind am Rennen. Und plötzlich hat er diesen Hasen und sagt, und das war jetzt alles? Dafür so ein Aufwand? Nur weil alle gejagt sind, war das der richtige Weg oder hätte ich mein Leben besser anders investieren können? Und das nehme ich öfter wahr, dass Menschen sich dann im Jagen plötzlich die Frage stellen, gibt es da noch andere Ziele? Da kommt eine Leere im Herzen auf einmal auf. Also Geld, Karriere, das sind so die Klassiker, hinter denen man her ist und die letztendlich, wie du sagst, nicht das geben können, nicht das füllen können, was an Leere da ist. Dafür die Frage an dich, sind das denn per se schlechte Dinge? Nein, auf keinen Fall. Sonst würden wir diesen Dingen ja nicht hinterherlaufen. Wir stellen ja fest, dass uns diese Dinge auch was geben, die erfreuen uns. Und da gibt es so viele verschiedene Dinge, die einem dann für einen Moment wirklich viel Erfüllung geben oder einen zufriedenstellen. Man hört dann so Aussagen wie, das muss ich haben oder ich kann nicht ohne. Und dann beobachtet man andere, wie sie auch darauf setzen und stellen fest, oh, das ist begrenzt. Vielleicht sollte ich doch auf etwas anderes setzen, vielleicht Geld oder Karriere. Und die Beobachtung ist dann oft, dass Dinge, die gut sind, dann mehr als gut werden. Das werden Idole, die man anhimmelt, anpreist, denen man sich hingibt. Und dann stellt man fest, okay, es ist nicht nur etwas, was man gut findet, es ist mehr als das. Wie kann ich das identifizieren? Also wenn du sagst, Geld an sich ist nicht schlecht und Geld zu haben, wie wir alle wissen, ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Das kann mich ja auch sehr glücklich machen, aber was ist der Punkt, wo ich feststelle, das hat irgendwie einen zu hohen Stellenwert. Ist es leicht, das zu identifizieren? Ja, oft stellt man fest, dass man an irgendjemanden oder irgendetwas gebunden ist, wenn man es verliert oder wenn es einem weggenommen wird. Wenn man dann traurig ist, dass einem etwas genommen wurde, ist es noch völlig in Ordnung. Aber wenn man dann zutiefst verletzt ist, verzweifelt ist, keinen Ausweg mehr sieht, da stellt man schon fest, das ist mehr als gut. Jetzt frage ich mich aber doch, wie ich diesen Spagat irgendwie hinkriege. Ich meine, Geld zu haben zum Beispiel, um das mal rauszugreifen, ist ja auch ein Stück weit Sicherheit. Und wenn ich Verpflichtungen habe, wie ich habe gebaut und ich brauche Geld und ich habe aber einen guten Job und da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen, das Geld, das kommt, sodass ich all mein, also gar nicht unbedingt, um jetzt mega reich zu werden, aber da kann ich so das, was da sein muss, mit abdecken und dann bricht das weg. Darüber nicht verzweifelt zu sein, das klingt ja fast unmenschlich. Ist auch, wenn das meine ganzen Sicherheiten sind, dann ist das richtig übel. Richtig übel. Und ich habe viele Männer, die mich anrufen, ich habe so ein Komplex gebaut, ich muss so viel Geld erwirtschaften, ich kann nicht mehr raus aus der Mühle. Und sage ich letztendlich, wer hat sich denn da reingeritten? Das waren deine Entscheidungen. So, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich sage, gut, jetzt bist du nicht Opfer, du bist Gestalter, du hast Handlungsspielraum und das könnte auch bedeuten, das Haus zu verkaufen. Damit du nicht deine Gesundheit, deine Ehe, deine Kinder opferst, nur um diese Hütte zu finanzieren und den Ansprüchen der Nachbarn zu genügen, sondern eventuell im kleineren Haus wirklich richtig glücklich werden kannst. Und da schlucken sie manchmal erst mal, die Männer und sagen, Ja, also das klingt nicht nur nach kleinen Schrittchen, die man da vornehmen muss, sondern nach Lebenswende, das kostet viel Mut, wo nehme ich den her? Ja, ich muss entdecken, was ist mir wirklich wichtig? Was ist mir wichtig? Ist mir das Haus, die Anerkennung wichtiger oder die Frau, die Ehe und die Kinder und meine Gesundheit? So, und dementsprechend provoziere ich die Männer dann, Entscheidungen zu treffen. Und ich finde es nicht ganz unhilfreich, dann auch eine höhere Bezugsquelle zu haben, sagen wir mal, Gott, der Mut und Kraft auch gibt für diese Schritte, mich innerlich sortiert, wieder ausrichtet. Ich komme ja nun vom Segelhintergrund und ich weiß immer, wenn der Kompass Norden anzeigt, ist alles gut, aber der Kompass kann abgelenkt werden. Wenn ich ein Handy mit einem Magnet daneben lege, wird der Kompass abgelenkt und mein Norden ist nicht mehr Norden und ich segle völlig in die falsche Richtung. Und plötzlich sind da Klippen, auf die ich rauflaufe, die auf der Seekarte nicht eingezeichnet waren. So, habe ich Mut, mich wieder einordnen zu lassen, neu ausrichten zu lassen? So, und das ist mein Herz, darin unterstütze ich die Männer. Und ja, das braucht Mut, das braucht Mut. Jetzt sprachst du davon, dass manche Männer einen harten Schädel haben und erst mal richtig gegen die Wand fahren müssen. Das ist wahrscheinlich ja dann ein Punkt, da tut es schon richtig weh. Gibt es so Erkennungsmerkmale, dass ich mich in so ein Fahrwasser hineinbegebe? Also vielleicht noch nicht zu tief reingeritten habe, aber dass ich auf einem Weg bin, der mich am Ende zu was ganz Ungesundem führen wird? Ja, also das sind die Indizien, dass es so, als wenn die Krankheit langsam ausbricht, dann Schlaflosigkeit, Stress, ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oder ich bin bereit, das hatten wir auch gerade hier schon wieder, ich bin bereit, unglaublich viel für mein Ziel zu geben. Wo du merkst, das ist eigentlich nicht mehr gesund. Das ist eigentlich nicht mehr gesund. Und ich setze eben gern bei den Männern früher an und sage, was macht dich eigentlich lebendig? Wo ist deine Sehnsucht? Wo ist deine Kraft? Was motiviert dich wirklich? Und da kann es manchmal auch sein, dass auch beruflich irgendwelche Kursanpassungen wirklich stattfinden müssen. Du bist Pastor einer Gemeinde. Das heißt, du bist beruflich mit Gott unterwegs. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du auch viele dieser Antworten auf die Frage nach Suche, nach Sehnsucht, nach Lebenssinn mit Gott beantwortest. Aber wie passt Gott da rein? Also Gott garantiert mir nicht Reichtum, garantiert mir nicht Gesundheit. Aber wenn das meine Sehnsucht ist, welchen Nutzen hat es dann, mit Gott in Kontakt zu kommen? Ja, zunächst mal ist das ja ein sehr langer Weg, bis man erkennt, dass man dann sich von Dingen abhängig gemacht hat. Und so schleichen sich in den Alltag der Menschen, auch der Christen, immer wieder Dinge ein, die dann die erste Stelle im Leben einnehmen. Priorität Nummer eins werden, Idole werden. Unantastbar. Unantastbar werden. Und da bin ich gerne im Gespräch mit den Gemeindegliedern und versuche herauszuhören, auf welche Karte setzt man? Was ist das einzig wichtige Priorität Nummer eins in dem Leben des Einzelnen? Aber da muss ich nochmal nachhaken. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das identifiziert, Geld war mir zu wichtig, aber das ist ein Wert, der sehr wackelig ist, weiß jeder, kann man schnell verlieren, oder Gesundheit oder was auch immer. Ich möchte auf einen Wert setzen, der mir nicht genommen werden kann und ich habe gehört, das könnte Gott sein. Wie sieht das denn praktisch aus? Gebe ich dann mein Geld ab? Gebe ich meine Gesundheit auf? Das klingt irgendwie so lebensverneinend. Ja, ist es aber nicht. Denn Gott ist überhaupt nicht lebensverneinend. Er ist lebensbejahend. Er gibt das Leben. Und er offenbart sich in seinem Sohn Jesus. Und Jesus bezeichnet sich als das Leben. Wir haben eben festgestellt, auch in den Ausführungen, dass es nur ein Ziel sein kann. Man kann nicht zwei verschiedene Ziele verfolgen. Das hat Jesus auch in seiner Predigt in Matthäus 6, das kann man in der Bibel nachlesen, gesagt, als er ausführte, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder wird man den einen lieben und den anderen hassen oder man wird sich dem einen hingeben oder den anderen verachten. Das ist ein Prinzip, was wir sehr deutlich in der Bibel finden. Man kann nur eine Person oder eine Sache an der Spitze haben, die man dann verfolgt. Nur ein Ziel kann man verfolgen, wie es beim Segeln dann auch der Fall ist. Und nun ist die Frage ja, was ist denn an der Spitze? Und Gott offenbart sich uns in der Bibel als jemand, der, ja da beschreibe ich gerne dieses Koordinatensystem mit zwei Achsen, die Zeitachse. Er ist ewig. Und da gibt es aber auch die Qualitätsachse. Er ist jemand, der Leben geben kann, segnen kann, beschenken kann, führen kann, trösten kann, ermutigen kann. All diese Dinge, die wir ja in Notsituationen brauchen. Und wenn er sich beschreibt als ewiger Gott und auch als Gott, der erfüllen kann, beschenken kann, dann ist doch selbstverständlich, dass ich ihn an die Menschen weitergebe, weil ich selbst davon überzeugt bin. Du bist kein Pastor, aber in der Beratung von Männern und selber auch Christen, bringst du immer Gott mit ins Spiel, dass er die Lösung aller Probleme ist? Nein, also muss nicht jedes Mal aufs Thema Gott kommen. Es ist schon sehr oft, dass es geschieht, dass wir gerade Thema Berufung, wer ruft denn da? Das ist schon interessant, da mal die größeren Fragen zu stellen. Aber ich habe auch letztens einen Mann gehabt, da ging es gar nicht um Gott. Und da habe ich gesagt, wir machen bis 12 Uhr. Und nach 12 Uhr sage ich dir mal, wer ich bin und was ich glaube. Und er sagte danach, Dirk, das Coaching war echt gut. Aber das nach 12 Uhr, das war das Wichtige für mich. Also ich versuche es ein bisschen auseinander zu zerren, zu ziehen, zu halten, um klassisch auch in meiner Coaching-Rolle drin zu bleiben. Aber wenn es sich ergibt, nutze ich jede Chance, von diesem Gott abzuschwärmen. Ich kann nicht anders. Also das ist mein Herz. Und er sortiert, er bringt es zurecht. Alle anderen Wege führen irgendwo ins Leere. Ich erinnere mich gerade daran, dass du ganz am Anfang erzählt hast, dass du selber so eine schwere Krise erlebt hast. War da Gott auch in dieser Krise da und hat dich da rausgeführt? War er so eine Lösung? Ja, es war genau so. Ich war sehr erfolgreich, auch vorher schon. Das lief alles richtig gut. Und plötzlich kam diese riesendunkle Krise. Und ich dachte, ich bin der, der motivieren kann, der leiden kann, der ziehen kann. Und alles in meinem Glauben wurde komplett erschüttert, in Frage gestellt. Ich wusste also nur noch eins, diese eine Hand, die kann ich festhalten. Seine Hand ist da. Alles andere war mir echt, dass ich dachte, boah. So, die Hand war da, hat mich durchgetragen. Und da ist eben dieser andere Gedanke, der mir immer so wichtig ist, dass die Leute nicht fragen in der Krise, warum? Warum trifft mich das? Warum verliere ich meine Frau? Warum habe ich die Stelle verloren? Sondern wozu? Was soll ich in dieser Zeit, was darf ich in dieser Zeit lernen? Und so können die Krisen zu einem riesengroßen Gewinn werden. Und das war bei mir auch der Fall. Sucht man sich das vorher aus, auf keinen Fall. Niemand wünscht sich sowas. Aber wenn man dann durch ist mit Gott, sage ich ganz bewusst, dann werden die Schätze sichtbar. Geld ist was Handfestes. Das habe ich oder das habe ich nicht. Familie, das kann ich vielleicht nicht messen, aber irgendwie auch, da sind Menschen in meinem Umfeld, die sind da, die kann ich anfassen. Da bin ich mir ihrer Liebe zumindest ein Stück weit gewiss. Aber Gott wirkt so unkonkret in all dem. Wie kann das denn aussehen, dieses Prioritäten sortieren, dieses vielleicht auch annähern, wenn ich jetzt diese Sendung sehe, mit dem Gedanken weiterzugehen, diesen Gott mal auf den Prüfstand zu stellen, mal an der Oberfläche zu kratzen, ob da wirklich mehr drunter ist. Wie mache ich das? Also zunächst einmal beobachte ich selber sehr viele Christen. Wenn sie behaupten, dass sie mit Gott leben und Gott für sie an erster Stelle steht und sie erfüllt, dann beobachte ich sie auch über Jahre. Und gerade bei Schicksalsschlägen, dann achtet man darauf, wie geht jemand damit um? Und wo ist Gott jetzt in dieser Situation? Und sehr hilfreich ist es, mal jemandem zuzuhören, der mit Gott lebt. Also wenn ich da an diesen 82-jährigen Mann denke in unserer Gemeinde, der vor einem Jahr seine Frau verloren hat und dann berichtet, wie Gott ihn da durch diese schwere Zeit durchgetragen hat und wie er doch sagen kann und bezeugen kann, dass er froh ist, das ist beeindruckend. Also da würde ich raten, einfach mal mit Christen ins Gespräch zu kommen. Erzählt doch mal. Ihr behauptet hier einen Gott zu haben, der lebendig ist. Wie lebt ihr mit ihm? Und dann gibt es ja das Buch Gottes, die Bibel. Da kann man aufschlagen und nachlesen, ob da wirklich diese zwei Achsen sichtbar werden. Ob er tatsächlich ewiges Leben garantieren kann und unseren größten Feind Tod dann auch beseitigen kann. Und dann auch, was Lebensqualität ist. Und da werden wir ganz schnell dann erkennen, dass Liebe der Wert ist oder die Eigenschaft Gottes ist, die wir da so brauchen dann, um erfüllt zu sein. Dass man in der Bibel mal nachliest und dann kann man auch Gottesdienste besuchen. Also im Begriff Gottesdienst, oder dieser Begriff sagt ja schon, dass Gott da die Ehre bekommt. Da kommen Menschen zusammen und beten ihn an. Da wird es irgendwie über Gott gehen. Da kann man ja mal einen Gottesdienst aufsuchen und mal darauf achten. Ist dieser Gott tatsächlich jemand, auf den ich mich einlassen kann? Also so unkonkret es vielleicht wirkt, so konkreter können aber die Schritte sein, die man wirklich in die Richtung macht. Du wolltest noch was sagen? Ich habe noch gedacht, es muss auch nicht in der Gemeinde sein. Ich mache diese Segelturns für Männer in Verantwortung. Da sind einige Christen, aber es sind auch manchmal nicht Christen dabei. Und die sagen einfach, ich will das mal erleben, ihr Christen. Mal eine Woche mit euch unterwegs. Kampf der Elemente, zusammen leben, zusammen Urlaub machen, zusammen Leben genießen. Und was da passiert, wenn Menschen auf einmal eine Woche mal mit echt lebendigen Christen unterwegs sind? Unglaublich. Also den Schritt nach vorne wagen und einfach mal mutig sein, andere ansprechen. An dich habe ich noch eine Frage. Wenn du jetzt mit diesen Männern, die vielleicht auch in großer Verantwortung stehen, unterwegs bist und sie klargekriegt haben, so wie es bisher war, soll es nicht weitergehen, Ziele habe ich neu überdacht, neue Prioritäten gesetzt. Wie geht das denn dann für die weiter? Was machen die ganz konkret? Kriegt ihre Umwelt zum Beispiel mit, dass sie jetzt ganz veränderte Menschen sind? Das ganz verändert hört sich immer so radikal, so krass an. Und das geht einfach nicht. Also bei den meisten sind es wie bei einer Segelwende auch. Ich reiße nicht auf einmal alles rum. Ich mache ein Grad nach dem anderen, ändere ich den Kurs ganz langsam. Und so sind es punktuelle Veränderungen, Verbesserungen. Also ich habe selten Männer, die sagen, du, ich bin jetzt nicht mehr Arzt, ich mache was ganz anderes. Haben wir auch schon gehabt. Und die rufen mich an und sagen, ich bin so erfüllt, ich bin so glücklich. Das ist schon echt berührend nach zwei, drei Jahren später. Aber bei den meisten sind es langsame Veränderungen. Und das Umfeld nimmt auf einmal wahr, du blühst ja auf, sag mal, du siehst so viel besser aus, das hast du gemacht. Und dann sagen die mal, ja, ich finde meinen Kurs langsam. Wofür bin ich gemacht? Ganz viele deiner Erfahrung hast du ja auch in deinem Buch niedergeschrieben, voll im Wind. Also wer da noch mehr drüber lesen will. Zum einen sehr praktisches Buch, mit vielen Workshops drin, zum anderen aber auch Geschichten von Männern, die bei dir waren und was die so erlebt haben. Der kann gerne in das Buch mal reinschauen und sich das zu Gemüte führen. Ich habe noch eine persönliche Frage, vielleicht an euch beide. Ihr seid Christen, ihr geht mit Gott, ihr sagt, der ist die Nummer eins in meinem Leben, aber ihr habt zum Beispiel Familie, ihr habt Jobs, ihr habt Kinder, ihr seid mitten in diesem Leben, in diesem Windhundrennen. Ist es bei euch immer einfach, dass Gott nicht nur, sag ich mal, im Wort an der ersten Stelle ist, sondern so ganz praktisch, mitten im Alltag? Oder schleicht sich da auch schon mal das ein oder andere Idol an Gott vorbei auf die Nummer eins? Ja, ich kann anfangen. Ich habe meine Frau kennengelernt und war so fasziniert, begeistert, verliebt in Moni, dass ich dann irgendwann mal dachte, sie ist mein Idol, sie ist mein Gott. Sie kann mir alles geben, was ich brauche. Ja, sie hat mir Liebe gegeben, Geborgenheit, Zuneigung, Zeit, Aufmerksamkeit. Und dann habe ich irgendwann mal, da ich ja christlich aufgewachsen habe und immer an Gott geglaubt habe, festgestellt, oh, die Moni ist mein Gott und habe dann von ihr mehr gefordert, als sie geben konnte. Denn nur Gott kann ja jemanden voll erfüllen. Und da habe ich sie unter Druck gesetzt. Und da habe ich festgestellt, ja, sie ist gut und ich bin nach wie vor begeistert und freue mich an ihr, aber sie ist nicht Gott. Dann haben wir unsere Kinder bekommen, zwei und vier Monate, zwei Jahre und vier Monate. Und dann dachte ich, wow, die geben mir gerade so viel. Ich bin so begeistert von ihnen, aber musste mich noch mal daran erinnern, nein, die sind nicht Gott. Und die können diesen Platz auch nicht einnehmen. und so bringe ich Gott mit in unsere Familie, in unser privates Umfeld, damit auch die Kinder sehr früh auch feststellen, dass es da nur ein Ziel geben kann. Und der Papa ist nicht Gott. Richtig. Ja, bei mir ist es die Gefahr, manchmal über meine Kräfte zu gehen, weil ich so motiviert bin. Ich liebe es, so Menschen zu entwickeln, sie zu unterstützen. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht über die Kräfte gehe oder jetzt auch, du hast es angesprochen, auch mit dem Buch, also jetzt auch Erfolg dann plötzlich zu haben, dass man merkt, wow, ich darf mir selbst nicht davonlaufen jetzt. Das sind sehr interessante, sehr spannende Sachen, wo ich sage, oh, 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 ich darf nicht aus dem rauslaufen, was ich eigentlich den Klienten bei mir auf dem Sofa erkläre. Da sind manchmal Gefahren, merke ich, muss ich echt aufpassen. Also um vielleicht in dem Segelbild zu bleiben, ich muss einmal festlegen, was mein Ziel ist, aber muss immer wieder auf dem Kompass gucken und nachjustieren, dass ich auch auf diesem Weg bleibe. Es geht um eine Entscheidung, die einmal gefällt wird und dann aber jeden Tag wieder neu, damit sie auch im Leben irgendwie praktisch wird. Wir sind schon am Ende angekommen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Gedanken, auch für eure Ehrlichkeit, was ihr mit uns geteilt habt und wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke auch Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie gute Impulse mitnehmen konnten zu diesem Thema. Es ist nicht alles Gott, was glänzt und dass Sie Lust und eine Ahnung bekommen haben davon, wer dieser Gott ist und dass Sie sich mutig auf den Weg machen, diesen Gott kennenzulernen, wenn Sie ihn noch nicht kennen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben zu meinen Gästen oder zum Thema, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir schicken Ihnen auch kostenlos eine Bibel zu, wenn Sie keine haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Haut nah, Gott mitten im Leben ist für viele unserer Zuschauer nicht nur ein Sendetitel, sondern auch eine persönliche Erfahrung geworden. Gott kennenlernen, persönlich kennenlernen, ihn erfahren im Alltag. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Erfahrung teilen würden und Partner werden in dieser Arbeit. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, dann schauen Sie nach auf unserer Internetseite neues-leben.de oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir sehen uns, bei Ihnen. Wir sehen uns, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.